Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um ein Anwendungsbeispiel der Redoxreaktion und zwar nicht im Labor, sondern als theoretischer Hintergrund, wo das die ganze Industrie auch einsetzt und zwar beim sogenannten Hochofenprozess. Was das ist, werde ich euch ganz kurz erklären und an ein paar Bilder kurz zeigen. Das ganze werde ich aber so jetzt nicht durchführen, sondern dazu könnt ihr euch gerne mal das Video zum Thermitverfahren anschauen, denn da geht es auch ein bisschen drum. Für was brauche ich jetzt aber diese Redoxreaktion bei einem Hochofenprozess? Naja, Metalle kommen in der Natur so gut wie nie als Reinstoffe vor. Zumindest die unedlen Metalle kommen nicht als Reinstoffe vor, denn die reagieren ja sehr gerne mit Sauerstoff. Deswegen kommt zum Beispiel Eisen nicht als elementares Eisen, sondern immer nur als Eisenoxid vor. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den sogenannten Magnetit. Das ist so ein schwarzbräunlicher, leicht glänzendes Metalloxid. Das finden wir hier. Die chemische Formel dazu wäre Fe3O4. Oder der Stoff kommt als Hämatid, als sogenanntes Roteisenerz vor. Ist klar, warum. Das hat so eine rote Farbe. Das heißt hier, das wäre Fe2O3. Also in diesen beiden Formen können wir unser Eisen als Oxid in der Natur finden. Und daraus möchte ich jetzt aber reines, elementares Eisen zur Weiterverarbeitung herstellen. Und wie das geht, das zeige ich euch heute eben an dem Beispiel des Hochofenprozesses. Hier seht ihr eine Abbildung, eine schematische Abbildung von einem Hochofen. Ich erkläre euch heute nur ganz kurz die theoretischen Hintergründe, wie es so ungefähr abläuft. Da passiert noch viel, viel mehr nebenher. Um das aber alles zu erklären, das würde hier den Rahmen sprengen. Dazu könnt ihr gerne mal online ein bisschen schauen. Ich habe euch hier unten auch eine sehr gute Seite verlinkt in der Infobox, wo noch mal weitere Informationen sind, wenn ihr es etwas genauer wissen wollt. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann können wir erkennen, von oben wird jetzt unser Eisenerz, Kohle, beziehungsweise in Form von Koks reingegeben. Koks ist eine ganz spezielle Kohle, die einen höheren Brennwert hat. Und noch zusätzliche Stoffe wie Kalk und andere Sachen, die wir einfach brauchen, damit Reststoffe gebunden werden. Wie gesagt, die Infos unten in der Infobox, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Da ist das Ganze etwas ausführlicher erklärt. Die werden jetzt oben reingegeben und von unten wird das Ganze erhitzt und zwar mit einer sehr, sehr heißen Flamme. Zusätzlich wird nicht nur von unten erhitzt, sondern hier wird auch Luft durchgeleitet, das heißt Sauerstoff und zwar warme, bereits vorgewärmte Luft wird hier quasi reingeschleust, damit diese Temperaturen noch höher werden, noch heißer werden. Was passiert jetzt hier dabei? Unser Kohlenstoff verbrennt bei diesen Temperaturen zu Kohlenstoffmonoxid. Kohlenstoffmonoxid ist ein giftiges Gas. Die chemische Formel dafür ist CO, aber dieses giftige Gas ist auch extrem reaktiv. Das heißt, es nimmt sehr gerne an Reaktionen teil und ja, nimmt gerne noch mehr Sauerstoff auf, denn so ist es noch etwas instabil. Und genau das passiert jetzt auch. Unser Eisenoxid gibt jetzt das Sauerstoff ab, wird also reduziert und unser Kohlenstoffmonoxid nimmt dieses Sauerstoff auf und wird zu Kohlenstoffdioxid. Und das war eigentlich letztendlich schon die große Reaktion, die hierbei passiert. Also zuerst wird Kohle zu Kohlenstoffmonoxid verbrannt und dann gibt es eine Redoxreaktion, wo unser Eisenoxid mit dem Kohlenstoffmonoxid zu Eisen und Kohlenstoffdioxid reagiert. Das war letztendlich schon die große Idee dahinter und das funktioniert wirklich genau so. Das Rohreisen beginnt jetzt nach unten dann zu laufen, das heißt diese Reaktion findet auch erst relativ weit unten statt und sammelt sich am Boden. Oben drüber bildet sich die sogenannte Schlacke. Diese Schlacke besteht aus Reststoffen, die jetzt noch in unserem Eisenoxid zum Beispiel drin war. Diese Schlacke, die wird abgelassen, immer mal wieder und die wird zum Beispiel zum Straßenbau verwendet. Wenn sich genug Eisen gesammelt hat, dann wird unten abgestochen, sagt man dazu. Das heißt, dieses flüssige Eisen läuft raus und kann dann weiterverarbeitet werden, zum Beispiel dann zu Stahl. Das war es eigentlich schon zum Bereich des Hochofenprozesses. Mehr braucht ihr dazu erstmal gar nicht zu wissen. Was wichtig ist, ist eben diese Reaktion, dass wir erst Kohlenstoffmonoxid erzeugen und dann dieses Kohlenstoffmonoxid mit unserem Eisenoxid reagiert und hier diese Reduktion stattfindet. Ihr seht, Riesenaufwand, das ist ein Riesengebäude und verbraucht sehr viel Energie, aber nur so bekommen wir unser elementares Eisen, was wir dann später zu Stahl weiter verarbeiten können und dieser Stahl wird wirklich fast überall eingesetzt. Selbst die Abfallprodukte werden noch verwendet, um damit Straßenbau zu machen. So, das war es zum Thema des Hochofenprozesses. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und habt was gelernt. Wie gesagt, das ist so ein Ding, was ganz wichtig ist, dieser Hochofenprozess. Ich selber konnte so eine Industrie leider nicht besuchen, aber die Leute von der Sendung mit der Maus waren dort. Könnt ihr euch hier gerne angucken. Drüber habe ich euch die Playlist von der Redox-Reaktion verlinkt. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen oder schaut doch einfach bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.